Hallo, wie geht es euch? Ich heiße Luis und ich lehne Deutsch und Englisch an der Sprachschule in Alcalá Veneres. Hier meine Freunde, Don Quixote und ich wollten euch zeigen, unser Lieblingsort in Alcalá und etwas darüber erzählen. Also, wollen wir damit anfangen? Hey, was ist los? Seid ihr Liebe oder was? Ich glaube, sie wollen hierher bleiben, um alle neue Leute zu grüßen. Hier könnt ihr Calle Mayor sehen. Damals war sie am wichtigsten Straße Alcalá. Und heutzutage ist, würde ich sagen, am berühmtensten. Hier kann man auch Cervantes Haus finden, wo er geboren würde. Und es ist seit Jahren ein kleines Museum. Diese Straße liegt in der Allstadt. Hier kann man viele kleine Gesäfte, Bars und Restaurants finden. Je besser das Wetter ist, desto mehr Leute auch man auf die Straße finden kann. Besonders Studenten, die an der Uni Alcalá studieren, sogar viele Auslegische Studenten. Als ich schon gesagt habe, das war die wichtigste Straße in Alcalá. Die Stadt war verletzt in drei Quarters. Die Jewish, die Arab und die Catholic One. Die Stadt berühmten zu den Jurisporten. Und sie haben ihre Shots und Warschopfen hier, in den Main Street. Und warum Corridors, würde ich fragen? Ok, ich will sagen. In der Sommer, es war sehr heiß hier in Alcalá. Und in der Winter, es war sehr heiß und sehr heiß. Das ist das Wetter. Das ist warum sie diese Chorridors haben, um die Schleifung zu entfernen, zu den schlimmen Regionen. Das sind die Schleifung. Sie sind die Schleifung. Jetzt will ich euch etwas wirklich lustig, und das nur noch kann finden, auf dieser Straße. Die Schleifung. Ich will euch euch wissen, dass das Schleifung auf dem Schleifung ist. Da ist es, was ich ganz sicher. hace muchos años, como os he dicho, en esta calle había muchos comercios y talleres las personas que tenían dichos comercios y talleres solían vivir en los pisos que tenemos aquí arriba entonces cuando la gente llamaba a las puertas si ellos estaban en el piso de arriba lo que hacían era mirar a través de ese agujero para ver quién era el que estaba llamando y qué era lo que quería de nuevo, gente práctica, inteligente No dejéis de venir a Alcalá a Madrid y a España Nos esperamos Hasta pronto amigos ¡Gracias!